Schauen Sie sich diesen Mercedes-Benz einmal genau an. Ein leistungsstarker Dieselmotor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Sie verfügen in diesem Mercedes-Benz über eine Geschwindigkeitsregelanlage, fordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Dieses Auto hat unter anderem auch ABS und ESP. Dieses Auto ist zusätzlich mit einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Mercedes-Benz machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017